Kennen Sie die Käfer, Herr Seth? Ja, wie bitte? Mond, Mond, ja, ja. Vereint wir sind die Band, die Käfer. Haben Sie deren Musik schon mal gehört? Musik? Wollen Sie, dass mein Kopf explodiert von dieser sogenannten Musik? Sie können gut singen. Ja, ja, können Sie. Und Sie sehen gut aus. Oh, natürlich. Das ist doch nicht schlecht, oder? Nein, ist nicht schlecht. Johann mag ich am liebsten. So geheimnisvoll. Oh, sehr geheimnisvoll. Ich erinnere mich an die Liebe. Ganz vage. Das ist nur Fantasie. Mutter mag keine Fantasie. Sie hat meine Hochzeit schon arrangiert mit dem Sohn des Leiters der Geheimpolizei in Berlin. Das ist fantastisch, fantastisch. Ich weiß kaum was über ihn, nur dass er viel schwitzt, immer Golf spielt und nach Zwiebeln riecht. Ich hasse Zwiebeln. Ihre Mutter hat Ihnen doch jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Sie können sich auf romantische Abenteuer einlassen. Tun Sie es einfach. Ja. Das stimmt wohl. Mädchen, tun Sie mir einen Gefallen und... Wir sind unter dem großen Forscher. Immer nur am Klapper. Mund, Mund, ja, ja. Vereint, wir sind unter dem großen Forscher. Mund, Mund, ja, ja. Vereint, wir sind unter dem großen Forscher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tut mir leid. Tut mir leid. Das ist eines ihrer besten Alpen. Ich kenne die Lieder inzwischen auswendig. In traurigen Zeiten höre ich gern Musik. Mögen Sie Musik, Herr Blazkowicz?